Hallöchen meine lieben YouTuber und YouTube Watcher. Ein kleines Update Video. Das Highlight Video wird morgen in einem speziellen Sidestream editiert und auch veröffentlicht. Das heißt also ihr könnt morgen mir einfach zuschauen wie ich ein Video editiere. 2. Nächsten Monat im Juni vom 23. bis 14. Juli werde ich die normalen Streams, die immer am Samstag sind, wie eine kleine Sonic Reihe machen. Und zwar werde ich nämlich in einem ganzen Stream einzelne Sonic Spiele durchspielen. Welche genau werde ich vielleicht noch sagen. Und ich werde natürlich eine Woche davor natürlich das hier auf YouTube und auf Twitch natürlich ankündigen. Welche genau alles sind. Und zu guter Letzt was eher vom Design her was interessantes ist. Und zwar ich suche nämlich ein paar Künstler, die für mich ein paar Banner, Avatare und so weiter für Twitch, YouTube, Twitter und Facebook machen können. Weitere ist unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann morgen. Euer Dermann Dermann Dermann